Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Thema. Ich möchte mich mit Ihnen heute gedanklich auseinandersetzen zum Thema die neue OTA- und ATA-Ausbildung und primär heute hier geht es um die theoretische Ausbildung. Sie ist ja nun jetzt verstaatlicht und gehört nicht mehr der Deutschen Krankenhausgesellschaft an, sondern ist jetzt reglementiert und aber auch vereinheitlicht bundesweit über das Bildungsministerium. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe. Willkommen zurück. Schauen wir uns nun mal die Inhalte der neuen theoretischen Ausbildung an. Die Inhalte, da ist es so gestaltet, wir kennen das aus der generalistischen Pflegeausbildung, hier wird in curriculare Einheiten gearbeitet. In der Generalistik gibt es elf curriculare Einheiten, die habe ich auch einmal vorgestellt, nämlich den Rahmenlehrplan, werde ich hier oben einmal verlinken. Hier bei der OTA- und ATA-Ausbildung wird hier in KS-Bereiche, also Kompetenzschwerpunkte unterteilt und es gibt insgesamt acht Kompetenzschwerpunkte in der OTA- und ATA-Ausbildung. Ja, diese acht Kompetenzschwerpunkte umfassen insgesamt 2.100 Stunden und ich würde gerne mal so oberflächlich mit Ihnen durchgehen, welche Kompetenzschwerpunkte, wie sie benannt sind, wie viele Stunden da hinterlegt sind und was so Inhalte sein können aus diesen Kompetenzschwerpunkten. Ja, fangen wir an mit dem Kompetenzschwerpunkt 1, ist der berufsbezogene Aufgaben im ambulanten und stationären Bereich eigenverantwortlich planen, strukturieren und anwenden. Ja, das ist ein sehr umfangreicher Bereich, dieser Kompetenzschwerpunkt 1 ist mit 880 Stunden hinterlegt und umfasst das große Ganze der Berufsfachkunde. Nun muss man sagen, ist es oft so, dass es bei den OTAs und ATAs viele Gemeinsamkeiten gibt. Somit wird es so sein, dass in den Schulen die OTAs und ATAs oft gemeinsam unterrichtet werden und für bestimmte Bereiche, die jetzt so schwerpunktmäßig zum anästhesiologischen Bereich gehören oder zum operationstechnischen Bereich gehören, werden hier dann bindifferenzierter Unterricht angeboten. Aber oftmals ist es eine Klasse und diese Klasse wird dann bindifferenziert nochmal aufgeteilt und entsprechend unterrichtet. Ja, was könnten Inhalte sein in diesen 880 Stunden? Hier ist ein großes Thema einmal Patientensicherheit, also wie positioniere ich einen Menschen auf den OP-Tisch zum Beispiel, wie können wir davon Kenntnis erlangen, dass es auch der richtige Patient ist, die richtige Operation ist und entsprechend dann auch mit einem Team-Timeout belegt wird. Also hier wird das nochmal die Patientensicherheit steht hier im Fokus. Des Weiteren geht es hier auch um Prä-, Intra- und Postoperative Verfahren. Im anästhesiologischen Bereich ist es ja auch genauso. Wir haben einen Präoperativen Bereich. Hier geht es um Einleitung, Narkoseeinleitung. Hier geht es natürlich auch ums Monitoring, Vitalzeichen, Überwachen, Prüfen. Dann gibt es hier auch noch eine Narkoseeinheit, die eben halt auch bedient werden muss, denn bei gewissen Vollnarkosen wird ja das Atemzentrum gelähmt sein. Das heißt, diese Patienten müssen dann auch entsprechend beatmet werden. Ja, im operativen Bereich gibt es natürlich auch eine Präoperative Versorgung. Der Patient muss vorbereitet sein für die OP. Es könnte eine Rasur sein. Es kann aber auch ein transurethraler Dauerkatheter gelegt werden müssen. Das gehört, wobei auch schon ein Stück weit in andere Kompetenzstufen, Schwerpunkte. Aber hier ist die Vorbereitung von Menschen im operativen Bereich auch angegeben. Wie müssen sie positioniert werden auf den OP-Tisch, um keine Lagerungsschäden zu bekommen? Dann dürfen sie ja auch nicht runterfallen. Extremitäten dürfen nicht runterfallen, denn die Patienten befinden sich ja in Narkose und haben keine Macht mehr über ihre Arme und Beine und ihrer Muskulatur. Was kann noch sein? Ja, ganz klassisch auch Anatomie, Physiologie ist hier ein großes Thema. Dann sind hier anästhesiologische Verfahren ein großes Thema. Im operativen Bereich auch die OP-Basics. Unterschiedliche operative Verfahren sind ein Thema. Anatomie, Physiologie auch bei OTA ein großes Thema. Dann die Nachbereitung operativer Eingriffe, also Nachsorge. Wir haben ja Prä-Vorder-Operation. Dann haben wir die Operation, wo es ein operatives Verfahren gibt mit gewissen Instrumenten. Instrumentekunde fällt auch hier in diesen Kompetenzschwerpunkt 1 mit hinein. Ist ein großer Bereich, sind insgesamt 880 Stunden und der Kompetenzschwerpunkt 1 wird schriftlich sowie aber natürlich auch in der praktischen Prüfung geprüft. Kommen wir zum Kompetenzschwerpunkt 2. Kompetenzschwerpunkt 2 ist, bei der medizinischen Diagnostik und Therapie mitwirken und ärztliche Anordnung eigenständig durchführen. Da haben wir hier auch eine Menge zu leisten. Ich mache mal so ein Beispiel. Zunächst einmal bei den ATAs, also Anästhesietechnischen Assistentinnen und Assistenten, gehört zum Beispiel Blutentnahme, Venenverweilkatheter legen, Medikamente aufziehen, Medikamente auch nach ärztlicher Anordnung und Ansage verabreichen. Umgang mit Betäubungsmitteln gehört hier dazu. Im operativen Bereich gehört dazu, Wunden zu versorgen, Wunden zu verbinden, denn nach einem Schnitt haben wir ja nun auch eine Wunde. Dann gehört natürlich auch Injektionen, Blasenverweilkatheter gehören dazu und sämtliche Eingriffe, die eben halt assistiert oder eigenverantwortlich umgesetzt werden. Der Kompetenzschwerpunkt 2 umfasst insgesamt 340 Stunden und hat insgesamt 8 Unterpunkte, die aufgedröselt sind und inhaltlich natürlich entsprechend das aufzeigen, was ich hier gerade beispielhaft exemplarisch aufgezeigt habe. Kommen wir zum Kompetenzschwerpunkt 3. Achso, der Kompetenzschwerpunkt 2 ist auch ein Prüfungsbereich. Der Kompetenzschwerpunkt 2 wird schriftlich auch abgeprüft. Wie die jeweiligen einzelnen Prüfungssituationen aussehen, ob schriftlich, mündlich und praktisch, werde ich nochmal gesondert ein Video letztendlich dazu dann auch filmen. Der Kompetenzschwerpunkt 3 ist interdisziplinäres und interprofessionelles Handeln eigenverantwortlich mitgestalten. Und hier haben wir insgesamt 120 Stunden, die zur Verfügung stehen. Auch hier werde ich exemplarisch einige Punkte aufzeigen, denn der Kompetenzschwerpunkt 3 hat insgesamt 8 Unterpunkte und ist mit 120 Stunden entsprechend denn auch versehen. OTA und ATA ist Teamarbeit. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Berufsgruppen zusammen, seien es Anästhesisten, seien es Chirurgen, seien es anästhesie-technische Assistenten, müssen ja auch mit den operationstechnischen Assistenten zusammenarbeiten. Das heißt, wir arbeiten hier in einem multiprofessionellen Team und hier gilt es natürlich, sich auch gut zu koordinieren und zu organisieren in den jeweiligen einzelnen Berufsgruppen. Und wo gibt es Schnittstellen, Überlagerungen, wo gibt es aber auch Konfliktsituationen innerhalb dieser jeweiligen einzelnen Berufsgruppen. Das Thema Konfliktmanagement ist hier ein Thema, denn ist hier das Thema auch interprofessionelle Kommunikation auch ein Thema. Also geht es schon dann auch in dem psychologischen Bereich. Ja, und der Kompetenzschwerpunkt 3 findet in der schriftlichen Prüfung keine Anwendung. Das war mal anders. Früher wurden ja die Lernbereiche bei der DKG unterschiedlich dann dargestellt und auch schriftlich wurde der psychosoziale Bereich und das berufliche Selbstverständnis geprüft. Das ist jetzt nicht mehr so, sondern hier interdisziplinäres und interprofessionelles Handeln. KS 3 mit 120 Stunden ist ein mündliches Prüfungsthema. Kommen wir nun zum Kompetenzschwerpunkt 4 und der Kompetenzschwerpunkt 4 umfasst insgesamt 120 Stunden. Und der Kompetenzschwerpunkt 4 beschäftigt sich mit der Thematik Verantwortung für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit übernehmen, Stichwort lebenslanges Lernen und berufliches Selbstverständnis entwickeln und berufliche Anforderungen bewältigen. Ja, ist nochmal auch so ein psychosoziales Thema und nicht nur das, sondern es geht auch um das Thema Lernen. Und wie kann ich mein Lernen optimieren, um entsprechend in der OTA, ATA Ausbildung mitzukommen? Und hier ist eben halt das Thema Lernen auch mit drin. Zudem kommt hinzu, welche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es denn eigentlich auch im Anschluss? Nach der OTA und ATA Ausbildung. Und hier steckt auch drin das berufliche Selbstverständnis, also soziale Rolle. Es gibt ja die Krankenrolle, dann gibt es die Arztrolle. Dann gibt es aber auch die Rolle und Rollenverständnis für die Berufsgruppe Operationstechnischer Assistent. Denn ist hier also wissenschaftliches Arbeiten noch, wie kann ich evidenzbasierte Informationen mir aneignen, selbstständiges Aneignen von Wissen, selbstständiges Lernen ist hier ein Thema, sowie auch Gesundheitsförderung. Ja, rückenschonendes Arbeiten, aber primär nicht nur rückenschonendes Arbeiten. Die OP-Tische sind schon sehr gut und lassen sich auch hervorragend einstellen, sondern hier geht es natürlich auch um Belastungssituationen im Berufsalltag und was kann ich da für mich tun, um eben halt nicht zu erkranken, um halt letztendlich auch gesund zu bleiben. Gesundheitsförderung. Ja, 120 Stunden hat der Kompetenzschwerpunkt 4 und hier ist es so, dass es auch insgesamt noch sechs Unterpunkte gibt. Ja, der Kompetenzschwerpunkt 4 ist relevant für die mündliche Prüfung. Also hier, wenn man so mal guckt, wir haben hier für die mündliche Prüfung Kompetenzschwerpunkt 3 und 4 sind beides ja schon mal so auch psychosoziale Themen. 3 ist interdisziplinäre Zusammenarbeit, Arbeiten im Team und 4 wäre dann eben halt das berufliche Selbstverständnis, Belastungssituationen im Alltag, Gesundheitsprävention und ja, das sind hier schon mal einige Themen, sowie auch Fort- und Weiterbildung und aber auch lebenslanges Lernen. Kommen wir nun zum Kompetenzschwerpunkt 5 und der Kompetenzschwerpunkt 5 umfasst insgesamt 140 Stunden und hier ist das große Thema Recht und Qualitätsmanagement. Ja, wenn wir so mit Patienten im operativen Bereich zu tun haben, dann müssen wir hier auch gewisse rechtliche Vorgaben einhalten. Die Patienten müssen ein Aufklärungsgespräch bekommen, die Patienten müssen einwilligen in die Operation und hier sind so einige Kriterien zu erfüllen. Hier geht es natürlich aber auch um Krankenhauspolitische Information und das deutsche Gesundheitswesen, wie ist es eigentlich aufgebaut. Der nächste Aspekt auch Dokumentation, wer schreibt, der bleibt. Großes Thema, Datenschutz und auch natürlich Schweigepflicht könnte hier auch mit reinfallen. Und dann sind hier noch Themenbereiche aus dem Qualitätsmanagement, die hier auch zu berücksichtigen sind, wie zum Beispiel Fehlermanagement oder beinahe Zwischenfall. Wie geht man damit um und wie können die Gütekriterien einer OP und OP-Abläufe optimiert werden. Das ist hier ein sehr wichtiges Thema, 140 Stunden insgesamt. Und der rechtliche Teil und die Qualitätskriterien aus dem Kompetenzschwerpunkt 5 werden auch tatsächlich abgeprüft, nämlich im schriftlichen Bereich. Genau, im schriftlichen Bereich wird der Kompetenzschwerpunkt, also Rechtskunde und Qualitätsmanagement, hier abgeprüft. Ja, kommen wir nun zum Kompetenzschwerpunkt 6. Hier ist dann wieder der Kalat gefragt. Also ich bin ja primär so für den psychosozialen Bereich zuständig und unterrichte unheimlich gerne den Bereich interdisziplinäre und interprofessionelles Handeln, denn das berufliche Selbstverständnis ist so mein Themenbereich. Und der Kompetenzschwerpunkt 6 ist auch ein Themenbereich, wo mein Herz dran liegt. Das ist nämlich mit Patienten und Patienten aller Altersstufen und deren Bezugspersonen unter Berücksichtigung soziologischer, psychologischer, kognitiver, kultureller und ethischer Aspekte kommunizieren und interagieren. Boah, das hätte ich aus dem Kopf so nicht hinbekommen. Machen wir es einfach, wir sagen, Soziologie, Psychologie steckt da drin, denn steckt da drin Verhalten ein Stück weit, Kultur steckt da drin, Ethik steckt da drin. Diese Bereich umfasst insgesamt 120 Stunden, genau, ist auch ein Prüfungsthema, nämlich in der mündlichen Prüfung. Das heißt, der ganze psychosoziale Bereich und soziologische Bereich ist in der mündlichen Prüfung ein Thema. Das wird spannend. Aber gut, ich freue mich drauf. Der KS 6, 120 Stunden, Soziologie, Psychologie, kommunizieren, interagieren mit Menschen allen Altersklassen. Ja, kommen wir nun zum Kompetenzschwerpunkt 7. Das ist erstaunlicherweise ein kleiner Schwerpunkt, aber ein wichtiger, finde ich. Denn hier geht es um lebensbedrohliche Krisen und Katastrophen zielgericht zu begegnen und auch handeln. Hier geht es primär um Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Maßnahmen und der Kompetenzschwerpunkt hat insgesamt vier Unterpunkte und es ist mit 40 Stunden eben halt entsprechend belegt. Ja, also Notfallversorgung innerhalb eines Krankenhauses. Hier wird ja doch anders agiert in der Reanimation als auch eine Reanimation auf der Straße. Nicht vom Grundlegenden her, aber wir haben natürlich im Krankenhaus mit deutlich mehr Medizingeräte zu tun, wie zum Beispiel ein Defi, ein Beatmungsgerät. Und wir haben natürlich im Krankenhaus auch ganz viele Notfallmedikamente, die zum Einsatz kommen. Ja, Kompetenzschwerpunkt 7 bleibt nur noch ein Kompetenzschwerpunkt, das ist der Kompetenzschwerpunkt 8. 8 ist mit 140 Stunden in der Ausbildung belegt, hat insgesamt sechs Unterpunkte, auch hier wieder nach Alphabet, A bis F. Und in dem Kompetenzbereich 8, nicht Kompetenzbereich, hier ist schon wieder mein Fehler, vermische Generalistik mit Ota Arter. Der Kompetenzschwerpunkt 8 ist Hygiene und hygienische Arbeitsweisen umfassend beherrschen und beachten. Und das ist natürlich auch ein Riesenthema im Operationsbereich. Wir haben mit Sterilgut zu tun, wir haben eine persönliche Schutzausrüstung, wir arbeiten mit sterilen Handschuhen, wir haben eine sterile Fläche, ein OP-Feld, wo wir achten müssen, ist das eine septische OP, ist das eine aseptische OP. Wie gehen wir damit eigentlich um, Umgang letztendlich auch mit Instrumente steril gut, wie bleibe ich sauber, wo kontaminiere ich, welche Keime gibt es, welche Bakterien gibt es, können von A nach B und so weiter eben halt auch weitergegeben werden. Ja, der Kompetenzschwerpunkt 8 wird mit dem Kompetenzschwerpunkt 5, rechtliche Vorgaben, Qualitätsmanagement quasi zusammengelegt und im Rahmen einer schriftlichen Prüfung abgeprüft. Somit hat das hygienische Handeln auch eine Relevanz für die Prüfung. Jo, das so zur theoretischen neuen Ausbildung, OTA- und ATA-Ausbildung. Jo, sollten Sie betroffen sein als Auszubildende oder sich interessieren für die Ausbildung, haben Sie schon mal einen kleinen Einblick bekommen, was so drei Jahre in 1000, das habe ich gesagt, wie viele Stunden sind es insgesamt, 2100 Stunden entsprechend inhaltlich unterrichtet wird. Sollte Ihnen das gefallen, was ich Ihnen da so anbiete, wollen Sie mich unterstützen, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal und hinterlassen Sie mir einen Daumen hoch. Kommentare sind auch immer gern gesehen und ich wünsche Ihnen alles Gute.